Musik Lacki Dein 30 ist gigantisch. Musik Vor allem die Abendveranstaltung ist ziemlich geil, muss man sagen. Musik Alles super und das Shootout, das hat auch Spaß gemacht. Musik Hände zittern schon, viel Adrenalin im Körper. Musik Ich finde es sehr cool, ich fand die Preise heute super. Bei Lacki Dein 30 hat jeder eine Chance und es macht super viel Spaß. Musik Musik Aufregend, sehr aufregend. Auf jeden Fall mit so einem großen Turnier mitzuspielen, das ist schon eine Ehre. Musik 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 Ja, der Platz ist schon gewaltig. Sankt Leon Roth, einsame Spitze. Musik Musik Lacki Dein 33 ist gigantisch. Musik 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 Ich kann nur sagen, es war ein sensationeller Tag, es war wirklich Weltklasse. Musik Das ist einfach nur unbeschreiblich, weil es einfach so groß ist und es ist ja ganz deutschlandweit. Ich kann es immer noch nicht fassen. Musik 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 Musik